Servus, wir spielen die Prüfung von Thanos und die ersten zwei Kämpfe haben wir natürlich wieder hier vorne. Einmal links und da spielen wir Oko, Talene, Thanos, Flora und Zwillinge. Der Kampf dauert einen kleinen Mühe, aber dafür ist der nächste Razzifazzi beendet. Belohnungen habe ich schon abgeholt, das gestern Abend schon mal gespielt. So, ab geht's rechts zum nächsten Kampf, gleiches Team, denn wir sind ja einfach faul. So, weiter geht's, jetzt haben wir hier links noch die beiden. Genau, so war es mit Thanos, Talene, Astar, Airon und Lausanne. Ab geht's. Und ein Kampf darüber, können wir wieder das gleiche Team nutzen. Weiter geht's, oben links und oben rechts. Und hier nutzen wir Oko, Talene, Flora, Thanos und Peggy. Und zum letzten Kampf hier drüben rechts. Ab geht's. Bin mal gespannt, was ihr gezogen habt. Ich hatte einen Vedan drin. Braucht man ganz dringend. Was soll's. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen mehr Glück. Vielleicht zieht ihr so gleich einen Thanos. Das wäre natürlich mega nice. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi Kowski.